Ein neuer Ford Fiesta ist hier zum Verkauf angeboten. 5 Personen haben in dem wendigen blauen 5 Türer Platz. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Klimaanlage, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 60 PS. Er wird über ein 5-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 10.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bis zum nächsten Mal.